Hallo und herzlich willkommen. Ich bin es mal wieder eure Bianca vom Wurlausteam. Ich möchte mit euch heute einmal dieses ganz niedliche Lesezeichen häkeln. Dies Mäuschen habe ich gehäkelt mit der Luxury Merino von King Cole. Das ist eine hundertprozentige Merino Wurla. Ich habe benutzt Arctic Blue. Das ganze habe ich gehäkelt mit einer Vierernadel. Außerdem braucht ihr noch für die Öhrchen einen rosa Ton, natürlich Schere, Nadel, ein Stück Schwarz für die Nase vorne und für die Barthaare. Dann habe ich für die Augen so eine kleine Perle genommen. Ich habe hier vier Millimeter genommen. Das ganze ziehe ich dann auf mit einer ganz ganz dünnen Häkelnadel in eins. Da passt dann die Perle hier schön rüber. Für die Wangen habe ich einfach so ein bisschen Pastellkreide genommen und das ganze habe ich dann mit einem Pinsel hier an den Seiten einmal dran gemacht. So, wie dieses niedliche Kerlchen gleich jetzt gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. So, wir starten das ganze mit einem Fadenring oder Magic Ring. Wie das funktioniert, das werden wir euch da oben einmal verlinken. So, jetzt kommt hier in diesen Ring rein sechs feste Maschen. Einfach hier in die Mitte rein, den Faden holen und hier einmal durch. Das ganze machen wir insgesamt sechs Mal. Vier, fünf und sechs. Dann sieht man hier an diesem kurzen Ende und dann schließen wir das Ganze. Jetzt kommen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter zu euch an. Hier ist unsere erste Masche. Da stechen wir einmal rein. Jetzt habe ich es. Da kommt eine feste Masche und in die nächste kommen zwei. Hier in dieser Runde wird jede zweite Masche verdoppelt. Eine feste Masche. Und hier in die nächste zwei feste Masche. Nochmal eine und hier zwei. Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Einmal in der Runde. Wir arbeiten auch in Spiralrunde. Das heißt, wir schließen die Runde nicht mit Kettmaschen, sondern arbeiten jetzt immer fortan. Also in Spiralrunden. So, jetzt kommt hier eine Runde feste Maschen drüber. Das heißt, in jede feste Masche eine feste Masche. So, jetzt fängt es schon an, ein bisschen zu wölben. So, und jetzt verdoppeln wir jede dritte Masche. Ich lege mir einmal den Faden hier nach vorne als Markierer. Also in die ersten zwei Maschen kommt je eine Masche rein. Und in die dritte kommt zwei feste Maschen rein. Und das macht ihr auch wieder einmal in der Reihe rum. Und dann haben wir zwölf Maschen einmal in der Runde. So, jetzt wird noch einmal eine Runde nur feste Maschen drüber geregelt. Also keine Zunahmen. In jede Masche eine feste Masche. So, jetzt kommt ein letztes Mal eine Zunahme. Das heißt, wir verdoppeln jetzt jede vierte Masche. Also in die ersten drei Maschen eine einzelne feste Masche rein. Zwei. Drei. Und in die vierte Masche, da kommen zwei feste Maschen rein. Und das auch wieder einmal in der Reihe rum. So, in dieser Runde kommen jetzt einmal die Augen dran. So, dafür nehmen wir uns die ganz feine Häkennadel. Dann steche ich hier in die Mitte einmal rein. Gehe hier raus. Gehe hier in diese Schlaufe rein. Dann hake ich hier erst ein bisschen ein. Und dann können wir die Perle hier einfach rüberschieben. Dann hege ich zwei feste Maschen in die nächsten beiden. Eins, zwei. Und jetzt kommt hier das andere Auge. Hier einhaken. Und die Perle hier einfach rüberschieben. So, und dann bis zum Anfang einfach in festen Maschen weiter häkeln. So, ich bin jetzt hier wieder am Anfang angekommen. So, ich komme nochmal wieder ein Stückchen weiter runter. Und hier ist ja unsere erste feste Masche. So, und jetzt stecht ihr da, wo die Perle drin ist, ein und macht eine feste Masche. Eins. Und hier, da einfach in die Lücke rein. Und die nächsten festen Maschen häkeln. Das auch wieder jetzt in festen Maschen einmal Reihe rum. Und danach nähen wir einmal schon die Nase dran. So, ich habe mir den Faden hier schon einmal auf meine Nadel gezogen. So, hier um diesen Anfangskreis, da kommt die Nase einmal dran. Ich gucke, dass das auch gleich ist. Ich ziehe den Faden aber nicht ganz durch. Aber wir lassen ihn ein bisschen draußen stehen. Das werden dann hier unsere Barthaare. Hier ein paar Mal. Den halte ich hier gerade erst ein bisschen nicht fest. Einfach ein bisschen hin und her. So, nur so ein paar Stiche. Ich nehme noch einmal. Das müsst ihr selber so sehen, wie dick ihr das haben möchtet. Ich denke, ja, so, das reicht mir schon. Und auch auf der anderen Seite lasse ich den Faden einmal ein bisschen länger. So, und hier geht man dann hier zwischen diesen Fäden. Die sind, die Wolle ist ja so eingerollt. Einfach mit der Nadel. Und dann zwirrt man sie so auseinander. Auf der anderen Seite auch noch. Einfach so ein bisschen auseinander drehen. So, ich nehme jetzt auch schon einmal meine Pastellkreide. Und jetzt habe ich hier noch so die Möglichkeit, hier ein bisschen rein, mit dem Finger reinzugehen. Und dann ganz Hauch, so ein kleiner Hauch. An beiden Seiten. Darf auch nicht zu doll sein. Wirklich nur so einen Hauch. So, das reicht schon. So, jetzt nehmen wir unsere Häkelnadeln wieder. Und jetzt kommen insgesamt nochmal vier Runden. Nur in feste Maschen. Vier Runden ohne Zunahme in festen Maschen häkeln. So, ich habe ganz vergessen am Anfang zu sagen, ihr braucht ein klein bisschen Füllwatte. Habe ich ganz vergessen zu sagen, dass ihr die auch noch haben müsst. So, ich habe jetzt hier die Schlaufe ein bisschen, die Anfangsschlaufe ein bisschen länger gezogen. Dann lauft ihr nicht Gefahr, dass man aus Versehen die Maschen wieder ein bisschen aufwirbelt. So, nun wird gestopft. Da braucht ihr wirklich nur so eine kleine Handvoll. Ganz bisschen reinstopfen. Ich mache jetzt die letzten zwei festen Maschen wieder auf, weil ich brauche jetzt hier einmal genau die Seite. Und jetzt wird das Loch oben einfach zugenäht. Das heißt, ich steche hier vorne in die erste Masche rein und in die hintere. Komm mal ein bisschen weiter ran. Also erst hier vorne und dann in die hintere den Faden holen. Und dann eine feste Masche. Also komplett durch beide Seiten durchstechen. Noch einmal vorne und hinten. So, jetzt wird das Ganze gedreht. Bei mir sind es jetzt hier acht feste Maschen. Mir ist das zu breit. Ich arbeite hier mit sechs. Das heißt, wir stechen und machen auch keine Wendeluftmasche. Lassen die hier einmal aus. Stechen hier in die nächste danach rein und machen da eine feste Masche. So, eins. Und dann einfach mit den festen Maschen weiter. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ohren Nummer sechs. Hier werden nachher auch gleichzeitig die Ohren mit angenäht. So, jetzt zwei Wendeluftmaschen und nun wird in halben Stäbchen gearbeitet. Das heißt, einmal den Faden um die Nadel wickeln. Hier einstechen. Den Faden holen und durch alle drei durch. Zwei. Drei. Vier. Und hier hinten fünf. Und Nummer sechs ist hier am Anfang einmal die zwei Luftmaschen, die wir gemacht haben. Zwei Wendeluftmaschen. So, und jetzt geht es immer hin und her. Alles in halben Stäbchen. Und das insgesamt dreißig rein. So, ich habe jetzt meine Reihen fertig. Ich kann das ja noch einmal ausmessen. Ich bin bei 23 Zentimeter. So, jetzt drehen wir das Ganze. Und jetzt arbeiten wir zwei Kettmaschen. Wir müssen jetzt in die Mitte rein. Eins. Zwei. Ups. Drei Kettmaschen. So, jetzt sind wir hier in der Mitte. Jetzt kommt der Schwanz hinten. Da arbeiten wir 20 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fünf, zwölf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, 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 achtzehn, neunzehn und die 20. So, jetzt wollen wir hier so ein Kringelschwänzchen haben. So, ich nehme einen Umschlag. Da komme ich noch einmal ein bisschen weiter. Stechen hier in die zweite Masche ein. Und da kommen jetzt drei halbe Stäbchen rein. Eins. Zwei. Und Nummer drei. Und das machen wir jetzt auch einmal hier bis zum Ende. Also in jede Masche, in jede Luftmasche, kommen jetzt drei halbe Stäbchen rein. Also in jede einzelne Masche, eins, kommen drei halbe Stäbchen rein. Und dadurch kringelt sich dann das Schwänzchen hinten. Und wenn wir das gemacht haben, dann zeige ich euch, wie die Ohren gehen. So sieht unser Mäuschen jetzt schon aus. Jetzt brauchen wir nur noch die beiden Ohren. Dafür starten wir jetzt mit dem rosa Faden. Machen wieder einen magischen Ring. Jetzt kommen hier ein sechs feste Maschen. 1, 2, 3, 5, und die sechste. Hier wieder am kurzen Ende ziehen. So, jetzt wird jede Masche einmal verdoppelt. Also in jeder Masche kommen jetzt zwei feste Maschen rein. Und das wieder auch wieder einmal Reihe rum. Dann haben wir zwölf hier in der Runde. Dann könnt ihr den Faden schon abschneiden. Und das Ganze macht ihr jetzt auch gleich einmal in Blau. Also genau das Gleiche, was wir hier gemacht haben. Auch nochmal in Blau. So, ich habe jetzt die beiden Teile fertig gemacht. Das ist ja jetzt hier einmal die richtige Seite. Und das ist die verkehrte Seite. Also wir müssen da, vielleicht können auch da, wo der Faden rauskommt, das ist die Rückseite. Und die legen wir jetzt beide, Rückseite an Rückseite, hier aneinander. Und jetzt werden die zusammen gehäkelt. Also ich steche jetzt hier in die nächste Masche rein. Und nehme hier auch von dem Hosa auch beide Fäden. Hohne mir den Faden und mache eine feste Masche. Und das macht ihr auch einmal Reihe rum. Also erst hier in das Blau. Und in die nächste Masche, hier in diese rosa Masche reinstechen. Den Faden holen. Und das macht ihr auch einmal Reihe rum. Die Fäden, die könnt ihr dann hier auch in die Mitte danach stopfen. Also jetzt wird hier einmal Reihe rum je eine feste Masche. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommt hier noch einmal eine Runde noch mal in festen Maschen drüber. Und dann ist das Ohr auch schon fertig. Das Ganze macht ihr dann natürlich zweimal. So, dann wird das hier. Das könnt ihr euch ja, so wie ihr das am liebsten haben möchtet, ob ihr die weiter zusammen haben wollt. Die Ohren weiter auseinander. Ich habe die ja hier an den Seiten angenäht. Und über zwei Maschen habe ich rüber genäht. So, das war jetzt schon alles. Ist unser Mäuschen fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt an ein Abo. Die kleine Glocke nicht vergessen. Dann verpasst ihr auch kein neues Video von uns. Unten in den Kommentaren könnt ihr mir ja was drin lassen. Oder da lassen. Ja, und wenn ihr die einmal nachhäkelt. Vielleicht macht ihr die ja auch in anderen Farben. Also die Luxury Merino hat so viele Farben. Die sind auch wirklich traumhaft. Dann könnt ihr das Ganze posten. Einmal unter Hashtag Wohlhaus. Einmal bei Instagram. Ja, zeigt mir doch einmal die Bilder. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.